Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Thief. Ja, wir sind hier in diesem dunklen Räumchen, naja, ehemals dunklen Räumchen zumindest mal, denn dann, wir haben dort einen kleinen Kahn geöffnet, beziehungsweise eine Faltio geöffnet mit einbarschversteckten Schaltern und sind darunter, haben uns die Schätze dort geholt. Ja, unsere Aufgabe da ist jedenfalls erledigt, wir müssen uns eine nächste aussuchen und dann stellt sich nämlich auch die Förderergebung am besten. Ich würde mal sagen, bevor wir uns eine Aufgabe aussuchen, sagt, gehen wir erstmal hier raus. Da drüben zur Tür kommen wir ja nicht raus, leider. Und da unten gibt es auch keinen Sabbatenausgang. Was für eine Schande, aber es ist leider so. Deswegen erstmal, zack, einmal das Ding hier aufgemacht und, ja, natürlich nicht so, sondern eher mal so, sonst sehe ich nämlich nichts. Zack, da geht's lang. Einmal da raus. Einmal geschaut, da geht's noch da lang. Ja, und hoch. Kräbsteine, ja, und jetzt müssen wir uns natürlich hier einen Weg suchen. Den Tresor, das war unser Ziel das letzte Mal. Das haben wir hier erreicht. Locker und leicht und spuffig haben wir das gefunden. Natürlich, natürlich, natürlich. Moment. Da geht's hoch. Das ist natürlich jetzt ein bisschen blöd, weil alles so dunkel ist. Da ist der nette Herr, ja, den wir leider eins über den Schädel ziehen mussten, bevor er uns entdeckt hat. So, was haben wir hier? Gar nichts. Da kommen wir nicht weiter lang. Uns bleibt also nur der Weg nach hier oben und entsprechend hier irgendwo raus zu gehen. Wo war der Ausgang? Dort war der Ausgang. Also, Garrett, auf geht's. Einmal das Fenster auf, rausgeklettert. Und dann geschaut, wo wir uns als nächstes uns hinbegeben. Ah, schön. Morning Side. Ja. Okay, alles klar. Wir schauen mal eben hier rein bei den Zielen, denn da müssen wir jetzt langsam mal. So, wir sind... Der Pfeil da auf der Karte sind wir, der so leicht wie ein Papierflieger aussieht. Plus, falls ihr das so ein bisschen wie vergessen habt. Wir suchen mal, was da in der Nähe ist. Das ist ja dann eigentlich hier oder hier. Ähm, das ist da unten alles. Das ist dort. Ist auch dort. Okay, alles klar. Eine Modell... Äh, äh, eine Toternste Angelegenheit. Okay. Ist alles so weit weg, Leute. Die Hexe von Stone Market. Und kein Zurück mehr. Ja, dann machen wir das doch einfach mal. Kein Zurück mehr. Wir lesen es mal durch. Ähm... Stilbeute aus dem... Äh, äh, Stolper zu erladen. Man möchte es nicht glauben, aber der Laden am Stolper zu erscheinen, der gefährlichste Ort der Stadt zu sein. Ein themlicher Novize von mir hat dort nach Spuchen gesucht und wurde dabei getötet. Und jetzt muss ich denen zeigen, dass sie nicht unangreifbar sind. Stilbeute und stirb nicht ganz... Äh, äh, und stirb nicht. Ganz einfach, oder? Ja, ganz einfach würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. So, wir müssen auf der Karte. Wir müssen hier runter und dann darüber irgendwie. Also, entsprechend. Check. Moment, Moment, Moment. Das ist jetzt die Frerke. Wo müssen wir denn jetzt eigentlich lang? Ne, genau in die andere Richtung, ne? Genau in diese Richtung. Und natürlich ist das umso besser. Ja. Und umso einfacher, wenn man nicht weiß, wo es lang geht. Jetzt muss ich nämlich gerade mal, ähm, schauen. Wo sind wir jetzt eigentlich hergekommen? Wir kommen... Wir können jetzt noch hier runter springen, oder was? Ich frage mich ernsthaft gerade, wie wir... Ah, okay, alles klar. Alles klar. Dann können wir natürlich hier lang laufen. So vorsichtig zumindest. Wo geht's denn hier hin? Wo geht's denn da hin? Äh, da könnten wir eigentlich mal unsere Vorräder aufstocken. Ja, genau. Der verkrüppelte Barrick. Das machen wir doch direkt mal. Denn das ist ja auch immer so ein Punkt, ähm... Was man wohl fürs Ziehen der Totenkarten bekommt? Hä? Esos Kumpel, der mit uns einst nicht trinken will. Was ist es denn jetzt? Ich hätte gern ein bisschen was von dir eingekauft. Das ist es. So. Also, Feuerpfeile, Explosionspfeile. Ach so, der hat... Erstickungspfeile, Seilpfeile. Seilpfeile könnte man vielleicht nochmal ein paar kaufen. Zwei Stück. Ja, stimmt. Wir hatten ja erst vor kurzem aufgestockt. Nichtsdestotrotz können wir hier nochmal ein wenig was machen. So, Stumpfefeilleuchtbombe. Ja, das ist in Ordnung. Mohn können wir noch eins zusätzlich kaufen. Nahrung ist in Ordnung. Ja, verkaufen wir mal eigentlich nichts. Ja, hier kommen wir natürlich nicht weiter mit dem bisschen was wir gerade haben. An Geld meine ich. Grinsesalz. Und ich frage mich immer noch, was das mit diesen Hilfsobjekten genau auf sich hat. Ja, Grinsesalz eine... Upp. Ne, hier. Seit der Abriegelung und den Handelsbeschränkungen brauchen die Lebensmittel in der Stadt jede Hilfe, die sie kriegen können. Räucherfleisch ist das einzige Lebensmittel, das man unbeschadet essen kann. Und Grinsesalz sorgt dabei für ein ganz neues Geschmackserlebnis. Der Name rührt von dem Gesichtsausdruck bei erstmaligem Konsum. Es ist aber weniger ein Grinsen. Erhöht den Gesundheitszuwachs durch den Verzehr von Nahrung. Was natürlich vielleicht auch gar nicht mal so verkehrt wäre. Wir haben hier einen Moosköcher. Eine Innenfütterung aus Moos für den Köcher. Es heißt, dass jede darin transportierte Pfeil beim Aufprall kein Geräusch verursacht. Das ist zwar kaum zu glauben, aber dieses Moos hat in den Sümpfen, in denen es wächst, tatsächlich einen legendären Ruf. Die Sumpfbewohner stellen ihre Stiefel daraus her und bewegen sich darum angeblich völlig geräuschlos. Okay, und hier das Aschensalbeiöl. Wobei, Leute, wir kaufen auf jeden Fall erstmal das hier. Ja. Moosköcher. So, den haben wir dann schon mal. Aschensalbeiöl. Dieses kleine Glasfläschchen ist mit einem seltsamen, dunklen Öl gefüllt, das entfernt nach Manteln riecht. Laut Verkäufer wird es vorsichtig aus der Aschensalbei-Pflanze gewonnen und in diese Form destilliert. Aschensalbei wächst angeblich nur in Trovia und besitzt feuerabweisende Eigenschaften. Euer Geld wird nicht zurückerstattet. Ja, verringert den Schaden durch Feuer und Fallen. Das, ich denke mal, das kann man auch mal mitnehmen. Ich glaube, das sind sowieso Effekte, die dann ständig da sind, wenn man es einmal hat. Ja, und dann haben wir noch 182 Gold, können wir uns also nichts leisten. Leider kottisch, ja. Das ist schon heftig, heftig, was man da ausgeben muss. Aber was will man erwarten? Man kann es ehrlich sagen, es wäre auch irgendwo langweilig, wenn man alles direkt hinterher geschmissen kriegt und dann gar nichts mehr zu tun hat. So, Moment, Moment, jetzt ein bisschen hell. Da ist er mir hergekommen. Wir schauen mal eben da auf die Karte, ja. Da geradeaus irgendwo. Kann man da gar nicht... Hier kann man da gar nicht einfach so lang, oder? Wenn es jetzt hier nicht so dunkel wäre, Leute, ne? Ich weiß nicht, warum, aber das ist im Moment... ...wieder heftig. Das heißt, wir haben gar keine andere Chance, als hier lang zu gehen. Wundert mich ein bisschen. Karte ansehen. Ach, wir hätten über den verkrüppelten... Ah, Leute, wisst ihr was? Dann gehen wir über den verkrüppelten Börig. Ah, schon wieder da lang. Und gehen dort entsprechend auf der anderen Seite raus. Ja, sorry, dass ihr jetzt quasi dann diesen Fehlenweg, diesen Umweg dann miterlebt, ja. So, und irgendwo nämlich hier in der Nähe muss der Ausgang sein. Ja, genau da drüben. Und schaut mal da. Aber wenn wir einmal hier sind, dann können wir auch direkt nochmal zum Basso. Die eine Aufgabe hat man ja, glaube ich, erledigt. Achso, können wir die gar nicht abgeben? Brauchen wir die gar nicht abgeben? Ja. Ich glaube, die brauchen wir tatsächlich nicht abzugeben. Die eine Aufgabe, die wir erledigt hatten... Ja, gut, ich will dem auch sein. Das ist ja im Endeffekt alles halb so wild. Wir laufen jetzt mal hier weiter Richtung Stone Market, beziehungsweise auf den Stone Market. Und schauen mal, ob das mal in Richtung unserer nächsten Aufgabe, uns das nächste Ziel ist, kommen. So langsam aber sicher. Ich meine, jetzt immerhin wissen wir ja jetzt, wo es lang geht. So halbwegs zumindest. Aber nichtsdestotrotz hätten wir dann hier tatsächlich erst einmal was anderes machen können. Ja, jetzt ist es halt so. So, wir müssen uns rechts halten. Und natürlich auch wieder aufpassen, sonst sind ja auch die Bachen unterwegs, glaube ich, ne? Und hier kann man hoch. So, einmal da lang. Hier hoch. Ja, ja, ein Dieb. Oh, ein Dieb, der kommt natürlich durch dein Fenster, ist schon klar. Wir müssen da lang. Moment, da lang. Da bin ich ja vollkommen verkehrt. Da lang müssen wir. Dann sind wir... Oh. Was auch immer, das war das, klang nicht gerade nett. So. Harte Zeiten. Ja, 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 ja. Richtig harte Zeiten, das ist auch schon klar. Und ich frage mich gerade, ob die Wachen hier weg sind oder was hier los ist. Tatsächlich scheint die Wachen hier weg zu sein. So, hier irgendwo muss etwas sein, wo wir reinkommen. Da oben. Kommen wir denn hier? Hoch. Wer ist denn hier am sterben? So, zum Beispiel dort können wir hoch. Und mal schauen, ob wir dann jetzt von hier aus da lang kommen, irgendwo. Der drin irgendwo. Vielleicht dann doch von der anderen Seite. Denn hier ist ja gar nichts weiter. Mal eben diesen hier machen. Fokussieren. Ja, fokussieren. Dann könnten wir eventuell noch da hoch. Aber hier scheint es auch nicht weiter lang zu gehen. Jetzt sind wir nämlich schon wieder hier vorne, Leute. Und ich glaube, da ist doch irgendetwas gewesen, oder? Moment, Moment. Ne, das ist immer vollkommen verkehrt. Wir müssen nochmal umdrehen. Das ist... Das passt alles noch nicht. Das passt alles noch nicht. Okay. So, zack. Einmal da hin. Da ist zu. Hier ist auch zu. So, dann kommen wir nur hier lang. Und hier ist gar nichts. Hier kommen wir nirgends rein, oder? Oder? Hm, Leute, Leute, Leute. Ja, schauen wir einfach mal hier lang. Hier vorne irgendwo waren doch noch... Wenn ich mich recht entsinne. Da geht's hoch. Da geht's auch hoch. Da kommen wir aber nur da rein. Da ist auch irgendwas. Der klitzert. Da haben wir noch Beutel liegen lassen. Auch nicht so schön. So, da kann man nämlich auch da, ne? Einmal da lang. Ne, ich will eigentlich nicht runterspringen. Ich will hier rüber. Okay. Alles klar schon. Das geht leider nicht so einfach. Offenbar. Hm. 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 Ich bin grad ein bisschen verwirrt, weil irgendwo das... Da unten soll das sein. Aber hier ist nix weiter, wo man noch reingehen könnte, ne? Da ist bloß dieser Schrank, dieser eine. Dann haben wir hier diese, äh... Ja, hier ist auch nix weiter, wo es durchgeht im Endeffekt, ne? Kisten, ähm... Verschlossene Türen. Aber das Dach, wo wir hier draufklettern könnten. Was wir auch grad in diesem Moment tun. Und dann kommen wir ja auch nur hier unten lang. Also, das ist... Wenn jetzt hier wenigstens irgendwo noch irgendwas wäre, wo man sagen könnte, üh, da könnte es reingehen, dann, äh, wäre das ja noch in Ordnung, ne? Aber so bin ich grad ein bisschen... Ein bisschen total am Verzweifeln, was das angeht. Und vielleicht wäre es wirklich tatsächlich besser gewesen, sich erstmal eine andere Aufgabe zu schnappen. Vor allem, weil wir doch jetzt hier schon eine ganz schöne weiter rum suchen. Jetzt sind wir schon wieder auf der Seite. Gehe wir schon einfach mal, wo man da hinkommen. Vorerst einmal. Aber ich glaub auch, wir sind hier dann tatsächlich auf dem Weg, äh... mal wieder irgendwo anders hin. So, zack, dann... Sind wir nämlich hier vorne, ne? Und nicht irgendwo... Ich kann mir kaum das Lumpenhaus leisten. Die Schwermut ist überall. Okay, hier geht's rein. Offenbar waren wir da auch noch nicht mal drin. Während ich hier ordentlich Mohn wegbringe. So, jetzt können wir nochmal den Fokus anmachen. Gibt's hier nix, womit ich das Licht anmachen könnte. Ja, das hier ist ein bisschen blöd, ne? Leute, es ist... Es ist richtig dunkel hier. Schaut mal, es ist richtig dunkel. Und da ist nix, womit man jetzt hier Licht anschalten kann. Ist aber auch nix. Vielleicht waren wir hier schon mal. Und ich kann mich einfach noch nicht dran ändern. Das wird wahrscheinlich, äh... die blausieblere Lösung von allen sein. Oder die blausiebelste Lösung von allen. So, einfach mal hier raus. So, von dort sind wir gekommen. Da laufen natürlich die Wachen lang. Ich hätte schon vor Jahren abhauen sollen. Und immer noch in diese Richtung ist, ähm... ist das Ziel, ja. Das ist natürlich nicht so schön. Was machen wir nur, Leute? Was machen wir nur, Leute? Der hat natürlich den Schwermut. Das ist auch mal wieder klar. Wo geht's hier lang? Weiß ich nicht. Moment. Mal schauen mal auf die Garte. Das ist, ja, so wieder ein anderes Gebiet. Oje, oje, oje. Na gut, Leute. Ich würde sagen, wir gehen vielleicht dann doch wirklich erstmal ein anderes Ziel an. Vielleicht machen wir auch erstmal die Hauptquests weiter. Ich weiß es noch nicht. Jo, vielleicht fällt mir auch noch bis zum nächsten Mal irgendwas ein. Wir sind aber am Ende dieses Parts angelangt. Sorry, dass es keinen Fortschritt gab. Ja, sorry für diese blöde Sucherei. Aber was willst du machen? Das gehört nun mal dazu und manchmal verläuft man sich eben, beziehungsweise manchmal übersieht man doch ein paar Dinge. Ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht übel. Ja, und Leute, wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, ja, ähm... Dann würde ich doch sagen, ihr schaltet einfach wieder ein, wenn es weitergeht mit Let's Play Thief. Bis dann, Leute. Ciao. Ciao. Ciao.